Und wir haben den Boss direkt hier. Oh, Schrotti! Ja, dann legen und wir haben aber keinen Ausgang. Das musst du doch nur aufnehmen, also. Ja, ich muss die Trophäe aber erbolten. Achso, dann musst du auch raus. So, und es ist Single-Boss, also werden alle nach hier hinkommen. Und ich will meinen eigentlich raus... Wunder hinter uns. Ach, Scheiße, der hat ein Wasser. Ja, wir könnten natürlich... Naja, du musst ja rausbringen. Das ist mir scheißegal, ich töte den und geh zum Aufgang. Doch, wir haben einen Aufgang! Da unten? Ja, aber es sind alle Teams, die hier hinkommen. Das war ich nicht. Also ich würde reisen und töten und dann... Ich bin rein. Einfach schnell raus. Ich bin rein. Ich bin rein. Ich bin rein. Ihr habt gleich zwei Haftes gesetzt. Reicht das? Ja, sicher reicht das. Ja, dann lass uns wieder gehen. Jetzt die Frage, nach welchem Ausgang wir gehen sollen. Ja, nach Süden. Noch ist ja keiner hier. Nach Süden, ja. So schnell kommen die doch nicht. Wie laufen wir das jetzt hin? Nach Süden kommt ja keiner. Da ist ja keiner gespawnt. Ja, aber wenn der fertig gebanaged ist, dann sind alle hier. Ja, deswegen. Wenn wir jetzt noch Süden rausgehen, dann sind wir doch schnell genug. Also eigentlich müsste das reichen, wenn wir den Boss legen. Ja, für mich auf jeden Fall. Ich hab ja nur zwei, die ich machen muss. Ihr könnt ja noch ein paar Zombies unterwegs töten. Oh, da ist die Toolbox. Du hörst ja schon, aus nördlicher Richtung kommen schon welche. Passt auf, Hunde. Noch mehr Hunde? Probier' da, klar. Ja, jetzt, ja. Du hast auch verloren. Danke. Gerne. Du hast auch verloren. Hey, warum sind wir nicht zu denen bei uns in der Ecke rausgegangen? Hä? Da ist ja ein Ausgang. Hab ich doch gesagt! Ich hab den nicht gesehen, da ist diese komische Maus. Ich hab den auch nicht gesehen. Was machen wir jetzt? Zurücklaufen oder? Gegner vor uns. Dann laufen wir zurück. Ja, hier kommen jetzt Gegner, ne? Hier sind Raben hochgegangen. Ja. Hört ihr die Messern vor uns? Ja, dann komm weiter. Ja, warte. Wir können die da abfangen. Die wissen doch, wo wir sind. Nein, wissen die nicht. Blitze? Ach nee, wir haben ja gar nicht. Stimmt. Vorsicht. Da war einer. Wir haben ja gar nicht gebaut, Tid. Da irgendwo. Weißt du nicht, ob das jetzt alle drei schon waren? Ich hab nur einen gesehen. Ich auch. Ich hab den Ausgang nicht gesehen. Klar, jetzt hätten wir es ja geschafft. Boah, war das doof. Das ist wirklich doof. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Ich sehe wirklich, da unten in der Ecke. Und da ist jetzt eine scheiß Icon drüber. Da schleicht sich einer an. Ja, komm. Dann haben sie uns, ich bemerke, also verpissen wir uns zwischen Westen. Ja, komm. Scheißegal. Komm. Ruhestand. Aber so ein Kill, der wäre noch. Zulängst, weil die sich so anstellen wie Trotteln und Lärm machen wie sonst was. Ja, weil von hinten, wenn du den jetzt von hinten erschießt, weißt du, dann können wir immer noch weglaufen. Wo ist er denn? Mattes, gut jetzt. Ja, wieso? Wir sind doch fast am Ausgang. Er hat recht. Leute, das geht schief. Wenigstens einen. Leute, das geht schief. Ja, ich sehe ihn aber auch nicht mehr. Mein Eis schmilzt. Mein Schmiller, egal. Mir ist dein Geld egal. Mir nicht. Mir auch nicht. Ich bin auf jeden Fall safe fertig mit dem vier Level. Lea, demnächst muss du doch einfach direkt sagen, dass da der Ausgang ist. er hätte südost gesagt dass es klar gewesen dass du den ich im westen einfach den nächsten machen da müssen wir hin dann hatten wir einfach die bauntie genommen werden raus gewesen oder einfach nicht los hinterher laufen sondern halt auch mal selber auf die karte gucken da ist das symbol direkt drüber über dem scheiß ausgang da ist doch jetzt egal wir sind jetzt draußen gutes hauptsache das reicht jetzt ganze kraft machen ist doch egal die hocken wahrscheinlich die ganze zeit davor und denken so mensch die warten auf uns haben ja vorhin schon geschossen so ist es ja nicht oder vielleicht auch wirklich schon jemand hoffentlich hat es gereicht letzte in der einrunde aber das wohl auch gemacht boss getötet und sind rausgegangen dann hat das auch gereicht eben für 26 deswegen machst du dir völlig ungerecht sorgen dann auch schon gesehen hat mir zwei xp punkte gefehlt haben da hatten wir schon da hatten wir alle schon sag ich doch 200 punkte fehlen hätte ich mal eine tür gemacht wer weiß doch was dann rausgeschafft hätten das hätten wir rausgeschafft wir hätten ja killen können ich wollte ja nur einen kill machen der war ja so günstig recht noch nie gesehen dass am preis schild drin ist alles nur dreier an die ein vierer wahrscheinlich dann eine vierer ja ja das ist eigentlich auch danach bin ich auch müde ja dann musst du morgen spielen oder später spielen ich bin noch morgen auch noch hier wallheim mal heim ja haben sich die mädels hier ausgesucht die mädels ja max und du und wieso ist max ein mädel weil er immer so rum wenn ein gegner kommt mal ganz ehrlich was soll das jetzt sein mal ganz ehrlich ja im bühlen haben wir beendet achso ich hatte nur noch einen zuschauer ich hatte nur noch einen zuschauer oh der fleischer was brauchst du denn immer noch ja ja wir können ja das salz und church und west-nordwest wieder warte was gegen mich warte was gegen mich ich hab da was spitze ich hab da was spitze aber du wolltest mal fühlen ich hab da was spitze aber du wolltest mal fühlen ich hab da aber du wolltest mal rüber zum schlechten oder was Ja, ja, Church jetzt. Ja gut, Church. Du brauchst ja einfach nur gerade rüberlaufen, ne? Hebel. Und du könntest auch... ...doppel-Clue kriegen. Was soll ich kriegen? Könnte eventuell doppel-Clue... Ah, okay. Ja, Church. Dings, Perk? Ich kann gerade so... ...dass ich noch jemanden... ...dass ich noch... ...dass ich noch jemanden... ...dass ich noch jemanden... Quarry, ja. Hm, da ist ein Specki. Und ich hab Dynamit dabei. Zu spät gesehen, dass er eine Lampe hatte. Bitte? Zu spät gesehen, dass er eine Lampe hatte. Aua, Aua, Aua. Ah, da geht's hoch. Hier ist noch eine Toolbox, wenn einer braucht. Hier ist eine Dacke. Gut, gehen wir weitermachen. Shipyard. East, West. Aua. Du brauchst Hilfe? Nein. Ja. Ja. Alle, ja. Ne, jetzt schon. Hab nur ein bisschen. Bisschen weit südlich, ne? Ja. Macht nichts. Ich sehe die Ferne. Ja. 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 Ich bin auch völlig begeistert. nicht üppert wo war der perk? oh my god ey kann ich jetzt endlich mal gucken was er für ein perk ist widerstandsblock naja warum auch nicht ja dann gehen wir mal weiter Richtung christen ich heil mich mal kurz wenn dann der wafel vorne messer dran ist auf jeden fall praktisch ja 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 Ah! Witzig. Hunde. Weg. Also hier ist doch eine Toolbox, wenn einer da braucht, ne? Ich weiß nicht, ob ich brauche. Ich guck mal. Boss ist weiß. Da waren aber Schüsse aus dem Norden in der Nähe. Aber gut, das wird der andere. Ich hab ne Sticky. Ich hab auch ne Sticky, also? Ich hab nen... ...Quicky. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Hier kann man noch rein. Ach scheiße, ich hab keine Falle. Hier müssen wir ne Falle setzen. Hier ist auch ne Falle. Hier hinten an der Tür muss eine hin. Da hinten oder hier vorne? Da hinten, direkt an dem Turm. Und da müsste eigentlich auch eine hin. Ja, hier müsste auch eine hin. Hm. Dann lass uns doch lieber hier hin eine setzen. Was ist, wenn wir hier hin eine setzen? Ja. Die können ja von oben runterschießen. Auf jeden Fall hier reinschießen. Ach so. Ja. Von da aus können sie rein. Von da aus und da. Ja. Und von da wo wir gekommen sind halt auch. Ich glaube von hier kannst du nicht rein. Hier kannst du nur raus. Hm. Von oben runterschießen geht nicht. Da kommts nicht hin. Zumindest hab ich keinen Weg gefunden. Ich hab ne Falle für die andere Tür hier. Ah ja. Okay. Das andere wäre jetzt noch von oben können sie noch reinkommen. Ausgang wäre jetzt westlich. Südwestlich. Auf jeden Fall hat der Inhaber dieser Location mit viel Liebe zum Detail tapeziert. Hm. Ich find auch so die Schweine die da an der Wand hängen und so sind echt lecker aus. Ja auch die Blutspritzer. Hm. Hm. Hat Geschmack. Äh stylisch. Machen wir das auch bei uns so? Äh ja. So wird der nächste Uhr überhaupt. Was? Hä? Bist du gar ne Empfehlung in schöner Wohnen? Ja. So. Ausgang ist südwest. Oder wir gehen dahin von wo wir gekommen sind. Oder wir gehen dahin von wo wir gekommen sind. Oder wir gehen dahin von wo wir gekommen sind. Aber ich glaube südwestlich ist näher. Ja. 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 Wir scheinen allein zu sein. Was? Zehn. Genau. Tschüsste. Das war Richtung Norden glaube ich. Also hier ist alles weiß. Ja dann lass uns verschwinden bevor sie näher herankommen. Ja dann ab hier durch das Fenster und dann raus. Hier. Ja. Und dann ab nach Südwest. Die Püste sind irgendwo im Norden. Ja. Die Richtung ist perfekt. Ohne Ausdauer ist echt Spacke. Ja klar. Anstatt Ausbau kriege ich da natürlich eine zweite Dynamitstange. Ja da ist noch ein Fetti. Kannst du direkt verwenden. Ist eh im Weg. Noch ist alles frei. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich kann sie so kurz schon. Nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber zwei Hunde. Siehst du wie wenig Durchschlagskraft ne auf der Entfernung eine Pistole hat. Waren alle Hammer angetroffen. Alle Schüsse. Ja. Das waren doch nice schöne Schlussrunden für heute. Ja. Gut. 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 300 auf Loll und Funke. Ö25 gewesen. Oh, nice!